Der Zona-Mikrofon mit einem weiteren XP-Glitch und zwar gibt ihr die Version 36 an, startet das Ganze im privaten Match, dann kommt ihr kurz in die Zwischenlobby und sobald das Ganze gestartet ist, geht ihr einmal direkt zu den Waffen, holt euch am besten zweimal die Camara Gun und zweimal das Mini Light Gewehr bzw. das Mini Maschinengewehr, also diese dicke Wumme, die Sachen nehme ich am liebsten immer mit und wenn ihr dann voll Equipped seid, geht ihr Richtung Telefonzelle, baut direkt rechts daneben einen Doppelboden, hier ein 2 und das Ganze 5 mal nach vorne und sobald ihr das fertig habt, werdet ihr hier sehen, dass ihr so einen blauen Schimmer bekommt, jetzt erstmal auf der linken Seite und dann führt ihr eine Emote durch, dann geht ihr auf die rechte Seite, führt auch nochmal eine Emote durch und dann erscheint hier vorne so ein kleiner Interagieren-Knopf, den müsst ihr auch betätigen, sonst funktioniert der ganze Klitsch nicht und sobald ihr diesen interagiert habt, dann geht ihr einmal hier rechts daneben und baut 5 Rampen nach oben, dann baut ihr einen Boden, dreht euch nach links, baut wieder 5 Rampen nach oben und dann macht ihr wieder einen Boden dahin und dann geht das Ganze nach rechts weiter und jetzt baut ihr euch so weit nach oben, wie es nur geht, hier seht ihr oben sind noch vorgefertigte Bretter, die müssten bei euch auch da zu sehen sein und jetzt hier seht ihr, geht es nicht mehr weiter, dann macht ihr einen kleinen Sprung nach oben und baut direkt noch 2 Böden da dran und schon ist der XP-Clitch fertig, jetzt könnt ihr eure Waffen durchwechseln und hier die verschiedene Plattformen abfarmen, hier erstmal die erste Plattform, die kommt schon mal oben nicht XP und sobald ihr nichts mehr gibt, geht ihr einen Schritt weiter nach rechts, farm die zweite Plattform ab und so macht ihr das dann auch nochmal genau mit der dritten, ich hoffe dieses Video hat euch gefallen und geholfen, ihr macht gute Levels damit und es funktioniert bei euch noch, dann lasst mir gerne ein Like da wenn ihr neu seid auf meinem Channel, drop dein Abo, wir sehen uns in anderen Videos, XP-Clitches und also weiter, haut rein meine Freunde, bis dahin